Hallihallo herzlich willkommen bei den Dikos wir waren wieder beim Caritas Auto und haben verschiedene Sachen bekommen es gab was für die Kinder ein Kürbis was uns sehr freut jetzt kommt nämlich die Kürbiskernsuppenzeit und ja viel Obst und Gemüse gab es wieder so immer ziemlich das gleiche ab und zu mal das eine mehr das andere weniger genau und ansonsten gibt es im Moment viel Pudding und Zubehör für Kuchen und ja Wurst gab es fast gar nicht Käse gab es auch fast überhaupt nicht deswegen liegt heute gar nichts bei das ist im Moment ein bisschen Rarität also am Caritas Auto natürlich im Geschäft kriegt man genug genau das was wir alles nicht haben kaufen wir natürlich immer dazu ist ja klar man kann von dem natürlich nicht nur überleben aber gerade Obst und Gemüse kommen wir immer reichlich über die Woche wenn man es gut einteilt und überlegt was man damit macht ja und für diesen ganzen Einkauf haben wir jetzt 18 Euro bezahlt genau